So, jetzt machen wir weiter so mit Tieren. Einmal Küken, Schwein, Biber, Schaf, Marienkäfer, nochmal Schwein und Frosch. Wir fangen mit Frosch an. Hat so eine Käppi auf. So sieht es aus, die Form. Ich, Mirka, und die sind diesmal klein. Und gehen auch leichter auf. Wir haben, also so baut man das. Und hier gibt es die weiteren. Hier gibt es Marienkäfer, Frosch und was bauen. Dann soll man hier den Schlüssel... Also hier, das ist glaube ich so ein... Das ist ein Hase. Und den tun wir mal. Ja? Jetzt fangen wir mit dem Schwein an. Das sieht genauso aus. Oh, was haben wir denn hier bekommen? Also, so baut man das. Und hier sind die weiteren. Und jetzt fangen wir mal an. Und dahinter... Und dahinter... Die tun wir da hin. Und jetzt... Das ist wieder das gleiche. Und hier ist das Kleber. Und dann soll man das hier so draufkleben. So, jetzt kann man immer hier... Und da kommen immer so verschiedene Bilder raus. So, jetzt fangen wir mit dem Marienkäfer an. Mal sehen, ob da was... Cooles rauskommt. Und... Zack! Und wir haben... Oh, das sind ja Vögel. So baut man das. Und so ist es fertig. Und... Und... Wir bauen mal... Und dann noch... Wo kommen die Vögel hin. Ah! Und... Zack! Ein Junge und ein Mädchen. Die tun wir mal hier hin. Und jetzt kommt das Schaf. Hopp! Wir machen mal... Von hier auf. Und wir bekommen das. das gleiche also nicht das gleiche aber von den mehreren das hat mir schon auch gerade eben und umdrehen und so baut man das und das ist diesmal glaube ich auch ein vogel man baut man das baut man hier rein und das hintere baut man so ein und danach macht man das zu und fertig dann kann man das auch wechseln man macht man dann wieder hier auf macht man hier wieder zu dann macht man hier eine brille und jetzt machen wir mal weiter mit dem bieber ja so sieht es aus und was bekommen bekommen wir wieder so ein ähnlichen so baut man das und hier sind die weiteren das ist diesmal ein scharf den tun wir mal hier hin und jetzt machen wir weiter wieder mit dem schwein das schwerste ist dass das immer so lange dauert bis man das öffnet so ein ähnlichen den zweiten haben wir jetzt hier sind die weiteren wir haben jetzt hier ja den da oben ist das rote und da unten ist das grüne und dann nimmt man das und dann nimmt man das und dann hier und kann man wieder drehen das letzte küken machen wir jetzt mal auf zack und wir bekommen da Cool, dann kann man, das ist sowas, dann kann man da was raufmalen, und hier ist der Stift, was man braucht, und das ist mein Bruder, manchmal wird der wütend, manchmal wird der gut, dann tschüss, bis zum nächsten Video.